Wusstest du, dass es eine ganze Reihe von Filmen über deinen Vater und sein Leben gibt? Zum Beispiel Die unerträgliche Schwere deines Vaters oder Dein Vater, der vom Himmel fiel, über seine Erlebnisse beim Fallschirmspringen. Natürlich sind einige davon Gerichtsfilme, wie zum Beispiel Dein Vater auf Bewährung, Dein Vater vor Gericht oder Das Urteil, Dein Vater ist käuflich. Andere Filme beschäftigen sich mit dem Alltagsleben deines Vaters, wie zum Beispiel Auf der Jagd nach der grünen Pfandflasche oder Das Fenster zum Hof, aus dem dein Vater spannt. Der Film Vier Fäuste gegen deinen Vater handelt von den Erlebnissen deines Vaters im Wirtshaus. Ebenfalls auf ein Thema fokussiert ist, denn dein Vater weiß nicht, was er tut. Dieser Film handelt von deinem Vater beim Handwerken. Schließlich ist noch vier Mahnungen und eine Vorladung erwähnenswert, der davon handelt, wie dein Vater Post bekommt. Dann gibt es noch die zwei Regiearbeiten deiner Eltern, von deiner Mutter nie wieder Sex mit deinem Vater und von deinem Vater dein Vater wieder Willen.